Spannend. Willkommen zum Popshow. Willkommen zum Popshow. Wir haben mal wieder Grut. Aber das ist zeitlich passend ein Weihnachtsgrut. Oder wie es draufsteht Holiday Dancing Grut. Wir bräuchten jetzt weihnachtliche musikalische Untermalen. Also das spezielle an dem ist halt das Schleifchen, das er vorne hat. Sonst sieht er eigentlich recht identisch aus mit den ganzen Grut-Versionen, die es im Topf halt gibt. Da gibt es ja den klassischen im weißen Topf, dann gibt es einen im roten Topf, dann gibt es einen in einem blauen Topf. Das sind die, die ich bisher gesehen habe. Und Grut gibt es ja noch, was gibt es denn? Es gibt einen normalen, dann gibt es einen Angry Grut, dann gibt es einen Nussi Grut. Also da gibt es ja ganz viele. Grut ist ein Renner. Grut ist ein Renner. Also wer Grut sammelt, der braucht also unbedingt auch den Holiday Grut. Das sind bestimmt alles Vin Diesel Fans. Oder? Grut gespielt von Vin Diesel. Grut gespielt von Vin Diesel, genau. Wie haben sie dann für den Baby Grut gecastet? Das weiß ich nicht. Ein Finger von Vin Diesel vielleicht. Ja genau. Es gibt noch ein Exclusive dazu, oder? Mit Schnee drauf, aber der war für uns leider nicht erschwinglich. Also der war nicht. Der wird auch hier promotet als Holiday Dancing Grut. Genau, das ist einfach die Weihnachtsausgabe. Was gibt es dazu zu sagen? I am Grut. Ich weiß nur, dass wir so viele Anfragen hatten, dass ihr jetzt richtig das Lager voll gemacht habt. Genau, wir haben halt gedacht, wir kaufen mal einen, dass wir da für Weihnachten gerüstet sind. Für Weihnachten, ja. Genau. Dann sind wir gerüstet. Sind wir gerüstet. I am Grut. Wir sehen uns.